Vielen Dank für Ihr Interesse an Nägelebau. Wir freuen uns, Ihnen unser Familienunternehmen zu präsentieren. Nägelebau ist weit mehr als nur ein klassisches Bauunternehmen. Überzeugen Sie sich selbst von unserem Leistungspotenzial. Nägelebau ist Architekturbüro, Bauunternehmen, Einzimmerei- und Holzbaubetrieb, Dachdeckerei und Garten- und Landschaftsbau. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt im Wohnbau und somit in der Erstellung und Verkauf schlüsselfertiger Wohnobjekte. Sämtliche Bauprojekte werden entsprechend der Projektidee im Haus geplant und mithilfe modernster Technologien umgesetzt. Alle Projekte werden 3D-animiert und zur optimalen Vorstellung 3D-gedruckt. Das Bauunternehmen Nägelebau kann auf eine über 100-jährige Firmengeschichte zurückblicken und gehört damit zur Geschichte Burlaffingens. Mit den einzelnen Geschäftsbereichen können Ihnen erfahrene und professionelle Dienstleistungen unter einem Dach rund um die Immobilie angeboten werden. Für Sie als Kunde bringt dies entscheidende Vorteile während der Bauausführung mit sich. Die sonst üblichen Schnittstellen der am Bau Beteiligten entfallen. Wir können dadurch viel individueller und effektiver auf Ihre Wünsche eingehen. Auch auf der Baustelle ist es selbstverständlich, die neuesten Technologien im Sinne der Kunden und Mitarbeiter effizient einzusetzen. Die vollautomatische Laservermessung ersetzen das Schnurgerüst. Die Massivhäuser von Nägelebau werden traditionell in Ziegelbauweise errichtet. Diese stehen für Energieeffizienz und ökologisches Bauen. Auch der moderne Ziegel ist mittlerweile ein Hightech-Produkt, das herausragenden Wärme-, Schall- und Brandschutz bietet. Der neueste Geschäftszweig ist die eigene Zimmerei- und Holzbauabteilung. Hier werden Dachstühle und Carports abgebunden. Natürlich führen wir auch mit der Zimmerei komplette Dachausbauten an bestehenden Häusern aus, um diese energetisch auf den neuesten Stand zu bringen oder zu bauen. Hinzu kommt noch die eigene Dachdeckerei. Mit einer optimalen Konstruktion bietet es Ihrem Zuhause Schutz vor jeder Witterung. Dank eines modernen Fuhrparks sind wir schnell und flexibel einsetzbar. Bei unseren Bauprojekten erstellen wir auch die ganzen Außenanlagen, asphaltieren Straßen, bauen Wege und nehmen die Erstbepflanzung vor. Unsere Kunden haben hohe Ansprüche an unsere Arbeit. Sie schätzen unsere handwerkliche Qualität und Professionalität. Mit demselben Qualitätsbewusstsein wählen wir unsere Lieferanten und regionalen Geschäftspartner aus. Während des Bauprozesses finden entsprechende Bemusterungstermine statt, bei denen Sie Ihre Vorstellungen in die Tat umsetzen können. Als weiterer Service für Sie begleitet ein unabhängiger, vereidigter Sachverständiger den Bauprozess und ist auch bei der Übergabe Ihrer Immobilie an Ihrer Seite. Uns ist wichtig, dass Ihre Immobilie Ihren Vorstellungen entspricht. Starten Sie mit Nägelebau Ihren neuen Lebensabschnitt. Ihr Ansprechpartner, wenn es rund ums Bauen und Immobilien geht.